Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. In diesem Video geht es um die nächste Legende in Season 9, voraussichtlich nicht Ash, nicht Blisk oder Meggie wie viele gerade aktuell denken. Es ist eine völlig andere Legende, über die habe ich auch schon mal gesprochen. Zwei Videos habe ich darüber schon mal gemacht, die zukünftigen Legenden in Apex Legends. Das erste Video ist wahrscheinlich schon über anderthalb Jahre her, ein Jahr später habe ich so ein Video nochmal gemacht. An dieser Liste hat sich natürlich noch einiges getan, auch an den Fähigkeiten noch ein bisschen, weil ich sämtliche Namen hatte, sämtliche Fähigkeiten. Also können wir davon ausgehen, dass das ein Stück weit auch passt, was ich jetzt hier erzähle, auch wenn es nicht der hundertprozentige Beweis ist. Und ich gehe nochmal ganz kurz auf den in Anführungszeichen absichtlich, sage ich das, versteckten Bangalore Smoke Nerf drauf ein. Das war ein Fehler, gehe ich ganz zum Schluss aber nochmal. Das war kein Fehler, das ist tatsächlich so passiert. Aber Respawn hat da einen Fehler gemacht und das erzähle ich aber ganz zum Schluss. Wir gehen jetzt erstmal auf die neue Legende ein. Wie gesagt, in den letzten Videos habe ich darüber gesprochen. Ich dachte, dass es Ash wahrscheinlich wird, weil sie wahrscheinlich die Veranstalterung der Arena-Spiele ist. Das muss jetzt aber auch nichts heißen. Viele, wie gesagt, vermuten auch Maggie dahinter. Es gibt aber in den vergangenen vielen Trailers, in den letzten Seasons gab es so viele andere Charaktere, die man da als nächste Legende reininterpretieren kann, dass es schwierig ist, da eine vernünftige Aussage zu treffen. Es geht aber erstmal um ein Interview mit einem Respawn-Mitarbeiter und der hat nämlich durchblicken lassen, dass gerade die japanischen Leute sich sehr über die nächste Legende in Season 9 freuen werden, weil sie sehr populär sein soll. Es wird eine asiatische Legende. Schlauer Schachzug. Die Nintendo Switch ist sehr beliebt in Japan. Ich glaube, sie steht auch noch weit über der Playstation und deswegen ist es nur ein kluger Schachzug, dass bis jetzt die Optik der Legende natürlich nicht feststand und es eine asiatische wird. Finde ich natürlich wirklich sehr, sehr schlau. Ich habe keine Ahnung aktuell, wie auf der Switch Apex läuft. Ich habe mir den Spaß gemacht, habe es mal installiert. Ich habe aber nur das Training mal abgeschlossen als Handheld. Du kriegst Fingerkrebs. Das macht keinen Spaß. Ich denke, wenn du nicht einen vernünftigen Controller in der Hand hast, brauchst du es auf der Switch gar nicht erst probieren. Meine persönliche Meinung, wenn Switch-Spieler unter euch sind und ihr habt es mal als Handheld, so wie ich, probiert, gebt mir mal bitte ein Feedback. Ich bin so gespannt, was ihr zu schreiben habt. Jetzt gehen wir auf jeden Fall auf die nächste Legende ein. Walk nennt die Legende sich. Wie gesagt, habe ich schon mehrmals darüber berichtet und ich muss hier einfach mal noch was dazu sagen. Ich dachte ursprünglich, denn Horizon tauchte in sämtlichen Listen, über die ich schon berichtet habe, nie auf. Horizon wurde wirklich als Name kurz vor Season 6 erst bekannt gegeben. Da gab es keine Leaks. Sorry für den Sprachfasching mal wieder. Und deswegen dachte ich ursprünglich, dass Walk und Horizon ein und dieselbe Person sind, weil sich die Fähigkeiten mit Schweben und so weiter stark geähnelt haben. Mal abgesehen von dem schwarzen Loch. Warum? Weshalb? Gehen wir mal drauf ein. Ich haue hier einfach nochmal die geleakten Fähigkeiten raus. Die können sich noch ändern. Das möchte ich auch nochmal betonen. Die Optik, da können wir uns schon sehr sicher sein. Denn die Seite, die das veröffentlicht hat, hat damals auch das Bild von Fuse veröffentlicht. Auf der Apex-Wiki-Seite. Dort ist das Bild nämlich her. Wurtag Gatam hat auch erst darüber berichtet. Der hat dasselbe Bild genutzt. Und deswegen gehe ich davon aus, das Fuse-Bild hat gepasst. Das war dieselbe Animation. Wir haben die ganzen Legenden im Auswahlbildschirm schon gesehen. Ihr seht auch unten in der vorletzten Reihe sieht man Ash. Ash ist in der Liste. Blisk in der Liste. Die sollen alle noch kommen. Ganz unten. Diese mit den langen Zotteln. Das soll... Wie heißt denn die Legende nochmal? Ist ja auch vollfällig egal. Prophet hieß die Legende. Glaube ich. Aber wie gesagt, an diesen ganzen Sachen sollte das meiste feststellen. Einiges könnte sich aber noch ändern. Die taktische Fähigkeit zum Beispiel ähnelt sehr stark Fuse mit der Clustergranate. Hier steht halt. Feuert eine Rakete ab. Die mehrfach explodiert. Eben wie eine Clustergranate. Und links das Bild da lang. Das ist die Wiki Apex Seite. Dort steht Cluster Missile. Von daher werden wir mal sehen wie genau das funktioniert. Vielleicht ist die taktische auch völlig anders. Die taktische... Ne passiv könnte sich auch noch was ändern. Aber die passive ist sehr sehr interessant. Hold Jump. Also halte die Sprungtaste gedrückt. Und du gehst in eine Art Jet Modus. Hovercraft Modus über. Und das war die Fähigkeit, wo ich ursprünglich dachte. Ist das vielleicht Horizon? Bevor sie rauskamen. Mit diesem Pick Me Up ist ja ungefähr so das gleiche. Ähm. Und die ultimative Fähigkeit ist auch sehr interessant. Und die Teammates können sich dieser ganzen Geschichte nämlich anschließen. Ihr aktiviert das. Und ich denke, dann haben deine Teammates ein paar Sekunden Zeit, sich dem anzuschließen. Und dann werdet ihr wahrscheinlich in die Luft katapultiert und geht dann in den Skydive über. Das ist sehr interessant. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ungefähr so abläuft wie bei dem Holobash Event. Also dem Train Event, wem das nichts sagt. Oder eben wo das Mirage Voyage Schiff noch auf Kings Canyon war. Diese Katapulte, die dich nach oben geworfen haben, damit du von dem Schiff wieder runter konntest. Da bist du ja auch in den Skydive übergegangen. Oder so ähnlich wie bei einer Zip Line. Warum Zip Line? Das sage ich bewusst. Denn es kann sein, dass sie als zusätzliche passive Fähigkeit die Fähigkeit besitzt, dass nicht nur Vork, sondern auch deine Teammates schneller im Skydive unterwegs sind. Und das wäre als unterstützende Legende enorm vom Vorteil, wenn wir aus dem Jump Ship springen. Ganz zum Anfang. Wir wären schneller als alle anderen in der Hot Zone oder zu irgendwelchen anderen Spots unterwegs als alle anderen. Es sei denn, sie haben Vork mit dabei. Das ist auf jeden Fall eine extrem krasse passive Fähigkeit. Steht jetzt hier nicht dabei. Habe ich aber, als ich jetzt hier recherchiert habe, noch zusätzlich gefunden. Deswegen bin ich auch sehr, sehr gespannt, was ihr in den Kommentaren alles zu erzählen habt. Wie ihr diese Legende findet, wenn sie denn so kommt. Wie gesagt, Leaks kann so, muss aber nicht. Das machen wir jetzt mal weg. Jetzt gehen wir noch schnell auf den Bangalore-Nerf in Anführungszeichen. Da habe ich vor kurzem drüber berichtet. Bangalore und Caustic, versteckter Nerf. Die Partikel vom Gas und vom Smoke wurden verringert, sodass man eine klarere Sicht als Gegner, wenn man da durchläuft, hat. Das war so wohl nicht beabsichtigt. Zumindest schreiben sie das hier vom Bangalore. Von Caustic ist hier nicht die Rede. Aber es war wohl keine Absicht. Das heißt, alle Bangalore-Mitspieler, äh, nicht Mitspieler, alle Bangalore-Spieler, die sich darüber aufgeregt haben, jetzt ist doch die Smoke relativ nutzlos. Auch wenn ich selber für mich persönlich sagen muss, seitdem die Season draußen ist, seitdem der Patch da ist, ich habe nicht das Gefühl, dass ich eine klarere Sicht durch den Rauch hatte. Auch hier gerne mal ein Feedback. Aber wie gesagt, für alle, die das so empfinden, das wird überarbeitet. Das wird rückgängig gemacht. Wann, wie lange, keine Ahnung. Und es soll morgen, habe ich jetzt weitere Details leider nicht parat, aber morgen sollen Hotfix kommen, der wohl nicht alle Probleme, die in Season 8 gerade vorherrschen, aber die meisten Probleme behebt. Welche genau, kann ich euch leider nicht sagen. Auf jeden Fall sind die Soundbugs aktuell mit die schlimmsten, wie ich finde. Ansonsten lassen wir uns einfach mal überraschen. Ladies and Gentlemen, das soll jetzt alles zu der ganzen Geschichte rund um die neue Legende in Season 9 gewesen sein. Lasst mich, wie gesagt, in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Ja, nein, vielleicht. Geile Idee. Hättet ihr euch vielleicht lieber Ash oder Bliske gewünscht. Oder eben Maggie. Wie gesagt, Maggie steht nicht in den Gamefiles. Wenn ihr sie es euch so sehr wünscht, schickt mir gerne in den Kommentaren auch eure Ideen, was Maggie vielleicht für Fähigkeiten haben könnte. Vielleicht kommt es ja noch. Ich glaube aber nicht dran. Das soll es jetzt von mir gewesen sein. Bleibt gesund. Daumen da lassen. Abo da lassen, wenn rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Das war es jetzt von mir und einen schönen Start in die neue Woche. Haut rein. Ciao. Ciao.